Die deutsche Aids-Hilfe ist mehr als du denkst. Wir setzen uns unter anderem dafür ein, dass Menschen in Haft eine gleichwertige Gesundheitsversorgung erhalten wie Menschen in Freiheit. Zum Beispiel wollen wir, dass die Substitution für opiatabhängige Menschen in allen Haftanstellten zugänglich ist, so wie außerhalb des Justizvollzugs. Einige Menschen konsumieren Drogen, auch in Haft. Um Infektionen wie HIV und Hepatitis zu vermeiden, fordert die Deutsche Aids-Hilfe die Vergabe von sterilen Konsum-Utensilien in Gefängnissen. Um eine Infektion zu erkennen, braucht es Zugang zu anonymen Testmöglichkeiten. Und bei einem positiven Test Behandlungsangebote. Diese werden bisher über die Justiz finanziert. Eine nachhaltige Lösung wäre die Integration inhaftierter Menschen in die gesetzliche Krankenversicherung. Um kostenintensive Behandlungen zu sichern und nach der Haftentlassung einen nahtlosen Übergang in die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Und? Hattest du das gewusst? Die Deutsche Aids-Hilfe ist mehr als du denkst. Haushalde 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 Aus Criminal Haushalde Ich erhöhe